Hallo zusammen zu einem Update des Unwetterclips. Ja, ab den heutigen Samstagabendstunden bis in den morgigen Sonntagvormittag hinein besteht erhöhte Unwettergefahr in einigen Teilen Deutschlands. Am heutigen Samstag selber präsentiert sich das Wetter meistens noch relativ ruhig. Das ist diesem Hochdruckgebiet hier über Mitteleuropa geschuldet. Aber Sie sehen auch schon dieses Tiefdruckgebiet hier über dem Süden Frankreichs, an dessen Ostseite sehr feuchte, sehr warme bis heiße Luft bis nach Deutschland transportiert wird. Und in dieser exklusiven Luftmasse, da erwarten wir, dass sich im Tagesverlauf erst mal über Ostfrankreich kräftige Gewitter entwickeln, die sich zu einem Gewitterkomplex vereinigen, der dann wiederum ab den Abendstunden auf Deutschland übergreift. Das Ganze können wir uns nun am Regen- und Wolkenvorschoffeln mal genauer anschauen. Wir beginnen mit heute Samstagabend um 17 Uhr. Blicken Sie mal hier in den Südwesten, da sehen Sie diesen Cluster dann ankommen, der sich vom Südwesten eben über die Mitte und dann auch Richtung Nordosten verlagert. Über die Ostsee zieht er dann im Laufe des Sonntagvormittags ab. Dahinter kommt dann auch ein neues Gebiet mit schauerartigen Regenfällen. Das ist aber dann kein Vergleich mehr zu dem, was wir jetzt in der kommenden Nacht zum Sonntag erleben werden. Wir haben unsere Vorabinformationen vor schweren Gewittern im Vergleich zum gestrigen Freitag noch mal erweitert. Bis in den Norden ist die nun gezogen und auch bis in den Teile des Ostens. Ja und wie gesagt, das beginnt heute Abend im Südwesten und vor allem von dort bis in die Mitte ausgreifend muss mit extrem heftigem Starkregen gerechnet werden, mit Böen bis Orkanstärke und auch mit großem Hagel. In der Folge kann es regional zu Überflutungen kommen. Keller können volllaufen, Unterführung können volllaufen, Bäume können umstürzen. Es ist also ein wirklich extrem gefährliches Wetterereignis, gerade im Hinblick dessen, dass heute Abend ja auch wieder Fußball ist. Die Achtelfinals stehen an. Halten Sie da bitte die Warnlage wirklich fest im Blick. Vermeiden Sie, wenn es geht, dann auch Aufenthalte im Freien. Das ist eine wirklich extrem gefährliche Unwetterlage. Und je weiter dann dieser Cluster im Lauf der zweiten Nachthilfe nach Nordosten vorankommt, schwächt sich die Böenstärke etwas ab. Auch der Hagel ist nicht mehr die ganz große Gefahr. Dann steht der Starkregen im Fokus, der dann aber weiterhin unwetterartig ausfallen kann. Also auch Richtung Nordosten hin besteht die Gefahr örtlicher Überflutungen. Es ist wie gesagt eine extrem gefährliche Wetterlage. Halten Sie sich also bitte auf dem Laufenden verfolgen Sie die Warnlage, die aktuelle Wetterentwicklung unter www.dwd.de oder in der Warnwetter-App. Das war es dann von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Nacht und bis zum nächsten Mal.